Ich bin hier in der Sächsischen Schweiz, in Seblitz bei Dresden, sehr nah an Tschechien. Und das ist hier, ich schließe mich. So. Empore. Es ist eine sehr besondere Orgel, denn sie steht nicht auf der Westempore, sondern über dem Altar. Und früher stand sie sogar seitlich. Normalerweise stehen die Orgeln gegenüber des Altars auf der Westempore, also hier. Es ist eine jämlich Orgel. Zwei Manualen, hier in der Peter-Paul-Kirche. Und es ist wirklich erstaunlich, hier hinter dem Altar und den Engeln zu sitzen. Und zu sitzen. Und zu sitzen. Und zu sitzen.